Ja, willkommen zurück bei Crusader No Remorse. In der letzten Folge haben wir ja Dr. Hoffmann erwischt mit irgendwelchen Klongeschichten, die er da veranstaltet hat. Und wir schauen uns jetzt mal die Nachrichten an. News Heute wurde die Welt von der Nachricht erschüttert, dass Dr. Gregor Hoffmann ermordet wurde. Er war Mitglied im Tschernobyl-Ausschuss für wissenschaftliche Ethik und der Erfinder des embryonischen Rettungsverfahrens, das unzähligen Föten das Leben gerettet hat. Er wurde von Fanatikern des Widerstandes erschossen, während er in der Notaufnahme des Krankenhauses in Seattle arbeitete. Noch ein Beispiel, wie wenig Rebellen Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft achten. Weiter geht's mit Trina. Tja, die Trina. haben wir heute nicht gesehen. So, wie geht's mit dir? Also, Sergeant Brooks war der Spion. Wer weiß, vielleicht bessert sich unsere Situation jetzt. Uns würde jede Verbesserung guttun, so viel ist sicher. Wissen Sie was? Aber das bleibt zwischen uns, Blechi. Ich hoffe, die Zentrale schickt uns bald einen Ersatz für Major Vargas. Sie ist ein guter Offizier, aber sie wirkt als, wir sind nicht ganz bei der Sache. Finden Sie nicht auch? Aha. Leicht. Oh, Captain, schön, Sie wiederzusehen. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Hey, ich hab was Nettes für Sie. Ein paar hübsche Spielsachen für Erwachsene. Aha. Aha. Psch, entschuldigen Sie bitte. Im Ernst, ich hab ein paar wunderbare Sachen für Sie dabei. Nur beste Qualität, glauben Sie mir. Ich lauf mir die Füße rund, weil es für mich das Wichtigste ist, dass Sie zufrieden sind. Die anderen sind alle nicht so wichtig. Ich hab die beste Ware weit und breit. Ich kann jeden Kunden glücklich machen. Sehen Sie sich um. Nur keine Angst, nur keine Angst, Sir. Ha, 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 ha. So, was haben wir denn Neues? Vielleicht. PL1, das hat man gekauft letztes Mal. Oh, UV9, die ist, glaube ich, ganz cool. Oh, kostet 5000. Können wir uns bei Weitem nicht leisten. Mal langsam wieder ein bisschen Geld sammeln, ne? Munition. Naja. Ich hoffe, ja. Uns geht die Munition nicht aus. Ich hab was gegen Zeitverschwendung, Käpt'n. Wenn Sie nichts kaufen wollen, muss ich Sie bitten, zugehen. Ich hab noch andere Kunden, die bedient werden wollen. Sehen Sie die Schlange? Also, was ist jetzt? Sind Sie interessiert oder nicht? Nee, halt mal nicht. So. Na gut. Gut. So, jetzt gehen wir erstmal nach Haus. Schönen uns etwas auf. So, ist nicht ganz bei der Sache, hab ich gehört. Zur Zeit können wir uns vor guten Meldungen kaum retten, Käpt'n. Die Zentrale hat endlich den Cypher-Chip entschlüsselt, den sie uns brachten. Und unsere schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Die orbitale Kommandozentrale des Konsortiums ist fast fertig. Auf der Überwachungsplattform werden eine große Anzahl von strategisch platzierten Kampf-Satelliten kontrolliert. Die Zentrale hat erfahren, dass die Plattformpläne und die Liste der Zielstädte im Kimbell-Sicherheitsgebäude aufbewahrt werden. Cardova und seine Truppe versuchen, den Teleportschirm auszuschalten. Ein Informant gibt Ihnen den Sicherheitsausweis für die Ebene, auf der die Pläne aufbewahrt werden. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, wenden Sie sich an Ihren Datenschirm. Sobald Corporal Reeves die Pläne hat, startet er ihre Rückholaktion. Alles Gute, Käpt'n. Wir sehen, ob wir diesmal alles kommen. Das ist schon wieder die Hälfte von meinen Energie-Scherren. Nieder. So. Also dort sehe ich einen Sensor. Ja, jetzt ist er weg. Da braucht man grüne Keycard. Da braucht man grüne Keycard. So. 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 Okay. jetzt aber sicherheitssystem angesteuerte kamera ist aktiv ich ergebe mich naja toll das ist nicht nur meine hinterlassenschaften das ist schön dass du aufgibst aber abschaltungsgut für das laserkraftfeld im zweiten quadranten lautet derzeit 608 608 ich komme nicht an dir vorbei ich muss mal außen rumlaufen ich muss den ja nicht deswegen gleich niederschießen jetzt habe ich vergessen wie der code lautet 608 608 608 so gucken wir gleich mal ob man das sieht einen unterschied da ist nichts gesehen war das dass da wieder ein typ ist 608 warum ist der jetzt gestorben so so ah ok hier gibt es eine Haufenhebe und eine kleine keycard das kann ich mal hier gucken magazin eine kleine keycard da sieht man dass die noch aktiv sind ist das jetzt drück so so noch mal kommen ach du so 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 nichts geändert das erste lässt sich ja umgehen vielleicht eine richtige kombi eingeben dass so und das land die hebel ziehen Gucken, ob der was gemacht hat. Ah ja, okay, da war's. Na dann. Du sollst gewählt. Oh, da kommt schon die Übertragung rein. Sieht übel aus, Käpt'n. Anscheinend ist unser Informant erwischt worden. Ich habe ihn angepeilt, um die Einschlusskoordinaten zu bestätigen. Da gibt es keine Antwort. Der Zauberer sagt, er findet keinen anderen Teleporter. Das wird gefährlich. Alles Gute. Jojo aus. Na, danke. Na. So. Aber jetzt gucken wir erst mal im Inventar. Was muss man eigentlich noch mal machen. So ein Orbital-Plattform-Zielsystem. So sieht's aus. Finden und die Pläne für die Plattform mitnehmen. Na toll. Das ist ja wieder mal was. Ich treffe es nicht. Okay, dann die Spinnen-Mine. Das Ding erst mal deaktivieren hier. So. Dann können wir uns nämlich hier in Ruhe umschauen. Aha. Hm. 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 Du musst hier mit springen, jetzt mal Na komm spring Okay Der kam aus dem Klo Da liegt gleich ein Keycard auf dem Klo Ah, hätte ich beinahe übersehen So Ich weiß, was da wieder angegangen wäre Klingt nach einer Kamera Mist Alarmstufe rot Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal die Alarmstufe abschalten Okay, ich gebe auf Okay, das haben wir wahrscheinlich nicht Ich konnte mal hier irgendwo So Ah ja, auf dem Klo kann ich das abstellen Ich glaube rotkäppchen Netter Netter Spruch Und so Passt dazu Elberholtkäppchen Ne, das ist ja Schwarzkäppchen Hm Defekt, achso Deswegen hat das so gezappelt Hm Hm, hier brauchen wir eine Zahl Oh, ach, du elend bist Ach, du elend bist Okay Das war's für ihn Gut, da ist aber Ein Schalter Dann geht die Tür auf Da oben Wie kommen Sie hier rein? Wie kommen Sie hier rein? Hm Okay, wie tust du was? Grüne Keycard habe ich jetzt Da ist aber nichts drin Grüne Keycard Sehr gut Okay Kann ich gerade nicht mehr tragen Auch gut Kann ich gerade nicht mehr tragen Ich muss sehen, was hat's dabei hier Ich muss sehen, was hat's dabei hier Ach Ach Ich seh's Da an der Rand So Was ist denn das hier für ein Boah Wache Was ist denn das hier für ein Was ist denn das hier für ein Ist denn das für ein Was ist denn das für ein Was ist denn das für ein Das für ein Das für ein So, das sieht ja aus, als wären da irgendwelche Druckplatten im Boden Dacht ich's mir Ah, dann lassen die keine Munition, ne? Hier ist er Ja, tut mir leid, die sich jetzt nicht verhindern Für dich Da liegt auch ne Kaki-Karte Da ist noch ne Kiste Scheisse Federn Oh! Oh, oh! Seilen und marcos warten sicherheit place wir waren gezwungen das ganze system um zu strukturieren ab heute 17 30 laut der neue zugangskurz zum sicherheitsraum 9 8 5 9 8 5 9 8 5 Aha, okay, das ist praktisch dahinter. Na, kommt die immer wieder her? Na, kommt die immer wieder her? Den nächsten einen habe ich abgekriegt, aber das macht nichts. So, nehmen wir gleich das Ding wieder mit und das Ding da drüben auch und dann geht es uns wieder gut. Dann müssten wir hier oben praktisch weitermachen, aber das würde ich sagen, das fangen wir in der nächsten Folge. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronia, Tschüssi.